Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir sind heute als Killer unterwegs, wie es sich zum Sonntag gehört. Und ihr seht, es ist wieder ein Ausschnitt aus einem meiner letzten Streams. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüüü! Kommt! So, geht das? Gucken wir mal. Ob wir hier wen finden? Da war, glaube ich, wer. Okay. Woohoo! Got it. Die ist doch nach rechts rum, oder? Nee. Wir haben jemand verletzt! Aber ich geh kurz am Generator gucken. Da ist nämlich die Fang schon wieder. Ja. Jetzt ist die grad fertig geworden mit heilen, oder was? Glaub's ja nicht. Hängen geblieben! Hier ist ein Haken! Ich hab verkackt! Ich muss Generatoren sichern gehen! War hier jemand? Wo ist er? Hier ist ne Wand! Sein Ernst! So, jetzt fangen sie an mich dumm zu machen! Jetzt fangen sie an hier mit ihrer Taschenlampe! Klicki, klicki, klicki! Jetzt muss ich aufpassen! Jetzt wird sie mit ihrer Taschenlampe kommen! Zeig doch! So, ich hab Pop, Ghost, du Weasel! Das ist ganz praktisch! Ich seh' dich grüllen! Ich seh' dich grüllen! Ich seh' dich grüllen! Wo ist der Bill? Ist der auch noch hier? Ne Ahnung! Okay, wir hängen sie auf! Immer wenigstens ein paar Punkte! Oh, Palette! So, ich wollte mich übrigens, wenn ich Killer spiele, immer so froh, ist mir leid! Er ist wieder am Gen! Jetzt ist sie fertig geworden! Ich hör' dich! Bill ist auch hier rumgelaufen! Nein, ich hab dabei! Nein! Aber hier ist es nie! Ich hab hier! Nein! Oh mein Gott! Ich hab hier! Ich hab hier! Ich will es halt immer wieder versuchen, ne? Wird nur nix. Die Fang ist die ganze Zeit unverletzt am Generatoren machen. Ich meine, wir können auch die ganze Zeit hier hinten bleiben, dann können die die Generatoren hier nicht machen. Okay, aber die sind ganz gut verteilt eigentlich. Wieso bleibe ich denn immer hängen, das ist doch schlimm. Die Mag war auch hier. Oh, Fang. Habt ihr einen Decisive Strike? Seid ihr schon so toxic? Weiß nicht. Wir müssen aufpassen, ob die Näher mit ihrer... ist glaube ich nach links weggerannt. Sprint Burst? Warum habe ich die Näher hier hinten gesehen? Hat sie Object of Obsession dabei? Ich bin doch erst hier hinter gerannt. Und... Solange Mac da oben rumrennt, macht sie hier keinen Generator. Oh, er ist einfach weitergegangen. Okay, hier gibt es auf jeden Fall noch Paletten. Hier waren wir noch nicht. Jagen. Ich wollte eigentlich die Palette zerfetzen. Eigentlich. Jetzt haben sie den Generator anbekommen. Ich habe erst ein Portal gelegt, sehe ich gerade. Es war knapp. Ich will jetzt mal die Näher aus dem Spiel haben. Vielleicht kriegen wir sie ja. Das ist halt jetzt voll gemein. Die können jetzt dort oben warten. Ich muss mal Generatoren checken. Der ist aus. Die Bill ist auch noch hier. Ich hänge sie schnell auf. Dann habe ich Pop Goes to Weasel. Dann kann ich den Generator treten. Ja, der ist schon echt ganz schön am Tuppern. Nochmal funktioniert es nicht, Bill. Du hast dich erst schon so hinter den Generator gehockt. Näher blendet. Versucht. Durch den Heuballen. Es sind übrigens alle dead on hook. Ne. Also. Ich muss sagen. Die arme Fang, die hier hinten hockt. Ach, wegen Barbecue habe ich die erst gesehen. Ich trottel. Ach, das ist die Mäh. Sind alle tot am Haken. Das ist halt echt ätzend jetzt hier oben. Aber sie konnte nicht mehr zurück, weil das war versiegelt. Und ich sehe die Luke. Fang ist da drüben. Wenn wir clever wären, würden wir jetzt erstmal die Fang rausnehmen. Fang ist schwächer. Aber lieber gönne ich Fang die Luke. Als näher. Sie springt nicht. Sie passt halt echt gut auf. Aber nicht gut genug. Oh Gott. Ach du Arme. Ich denke, es tut mir leid. Wie sie weggekrochen ist. Ich denke, ich muss halt... Ich muss leider... Ich muss besser werden im Rang Fang. Es tut mir leid. Und es ist dann einfach besser, wenn ich alle kille. Und weißt du, was ich für ein schlechter Demogorgon bin? Ich habe nur ein Portal gelegt. Du darfst mich auch auslachen. Ich lache dich dafür nicht aus. Du bist, glaube ich, die Schwächste in der Ruhe. Du hast das Glück gemacht, Fang. Du bist als Letzte noch am Leben. Voll gut. Habe ich als Killer eigentlich schon den Zwerg? Ich weiß gar nicht. Ach, sie tut. Habe ich. Ich weiß gar nicht. Ach, sie tut. Habe ich. Du bist. Ich weiß gar nicht. Du bist so sein. Vergangen zu haben und jag war so vom Abstand. Ausmorити! Beat Euch.